Hallo zusammen, Hi Zoki here. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest, unsere Eulchen. Die spürt sich ab im smalak grünen Traum, in diesem Gebiet. Und wir sollen als erstes mit Kia quatschen. Alles klar, ich bin schon an dieser Position und ich gehe zu Kia. Diese Eule hier. Ich wollte schon sagen diese fette Eule, aber das sind ja nur die Federn. Spürt sich anklicken. Hier ist Pakete zugestellt. Okay, wie macht man das? Mal nach oben fliegen. Ah, schaut mal. Hier ist diese Eule. Aber ich kann hier nichts machen. Wie stellt man diese Pakete zu? Ah, jetzt geht eine Hand auf. Benutzen. Und eins von sechs. Okay, dann müssen wir jetzt genauer beobachten, wie das Paket zu der Eule kommt. Die nächste Eule ist hier. Ah, die Pakete sind neben den Eulern. Die muss man dann anklicken. Seht ihr das? Man muss nicht die Eule anklicken, sondern das Paket daneben. Das Holopaket. Zukunft Hologramm. Ja, gut, dass wir das jetzt wissen. Wenn man das weiß, ist die Weltquash schon mal ziemlich einfach. Die nächste Eule ist hier unten. Und zwar hier. Da ist das Paket an dieser Position. Und es fehlen noch zwei Pakete. Mal schauen, wo das uns entlang bringt. Hier darf man anscheinend dein Paket zu stellen. So. Und das letzte Paket ist irgendwo da oben, glaube ich. Habe ich es schon gesehen. Na, das war falsch. Okay, das ist anscheinend. Oh, schaut mal. Da werden noch ganz viele Pakete erwartet. Es werden mehr Pakete erwartet, als für die Weltquest nötig ist. Also. Paket benutzen. Letztes. Und die Weltquest ist abgeschlossen. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau.